Warcraft 3 Reforged Wir spielen auf der Map Turtle Rock, also Schildkröten, Fels auf Deutsch. Mein Gegner spielt ebenfalls Human und hat sich Super Noob genannt. Na gut, da bin ich mal gespannt. Irgendwie glaube ich ihm nicht so richtig, aber das wird sich zeigen. So, mit dem nächsten Arbeiter stelle ich jetzt den Hof fertig. Und der nächste geht hier nochmal einen Hof bauen. So, zacki, zacki. Okay. Der nächste Arbeiter in die Mine, damit immer 5 in der Mine sind. Das ist das Optimale. 6 wären nicht gut, dann blockieren sie sich gegenseitig. Und 4 sind halt zu wenig, dann brauchen sie zu lange. Und ich spiele standardmäßig den Archmage. Dazu ein paar Foodies. Und dann mal gucken, was so geht. Arbeit ist vollbracht. So. Build Order hat alles gut funktioniert. Gegen einen Human baue ich mir einen Arcane Tower hinten rein. Falls er Harrison kommt, mit dem Blood Mage oder auch mit dem Archmage mit Blizzard. Kann ziemlich eklig sein. So, erster Foodie ist da. So, die 3 nehme ich gleich mit zum Creepen. Deswegen auch erstmal in ein Team genommen. Und go. Hätte ich schon eine Sekunde früher rufen können. Aber nun gut. So, da kommt der Scout. Nebenan bei mir. Also Close Position ist der Gegner nicht. So, das Item natürlich nicht liegen lassen. So, steht da hinten in meiner Base rum. Den holen wir uns. Gibt auch ein bisschen Erfahrung. Nimmt mir allerdings auch ein bisschen Zeit, die ich eigentlich zum Creepen verwenden sollte. So, aber er hat schon mal einen Arbeiter weniger. Jetzt gehe ich hier drüben noch den kleinen Creepspot machen. Und ich baue das Arcane Gewölbe. Damit ich mir gleich alles hochheilen kann. So, Mantel der Schatten funktioniert ja auf Reforged jetzt ein bisschen anders. Man kann ihn jetzt auch am Tage benutzen. Das ging vorher nicht. So. Jetzt gehen wir hier oben weitermachen. Turtle Rock ist ja auch eine... Ziemlich bekannte Map, möchte ich sagen. Gab es ja auch schon in The Frozen Throne. So, ne? Ein bisschen Hardcore-Lag hier. Dann hoffen wir mal, dass das nach einem Teamfight natürlich nicht so ist. Gerade in Warcraft 3 ist das Micromanagement ja sehr, sehr wichtig. So, jetzt gehe ich hier unten weitermachen. Ihr seht's, ich gehe erstmal ein paar kleinere Creepspots an. Bin da doch so ein bisschen ängstlicher unterwegs heute. So, baue ich vorne zwei Höfe. Einfach um ein ganz wenig früher zu sehen, falls der Gegner mich attackieren sollte. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder irgendwas habt, einfach in die Kommentare. Ich versuche immer so schnell wie möglich diese ganzen auch zu beantworten. Also wenn euch Sachen auffallen, die ich besser machen könnte. Ich bin für alles offen. Umgekehrt natürlich genauso, wenn ihr Sachen seht, was euch extrem gut gefällt. Dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Warcraft 3 macht mir jetzt wirklich wieder richtig Spaß. Und ich glaube, das merkt man auch. So, und jetzt geht das Moscher gleich los. Achso, und wenn euch die Gameplays gefallen, ne? Daumen hoch, nicht vergessen. So, aber jetzt wieder zum Spiel. So, mal sehen, ob er... Ja, er will's wissen. Also, erste Boilerei. Wie der Jan sagen würde. Oh, der hat einen Haufen mehr Foodies, da ist jetzt ich dabei. Da rufe ich mir noch ein bisschen Militia hinzu. Der Arcane Tower, der macht natürlich nicht so viel Schaden. Ja, das ist immer gefährlich. Wenn man als Human am Anfang wesentlich weniger Foodies baut als der Gegner, kann er einen, wenn es ganz dumm läuft, auch schon ein wenig überrennen. Aber ich denke, diesen Angriff... So, jetzt geht er auf Hero-Focus über. Werde ich nochmal abwehren können. So, der nimmt man auch noch mit. Er ist schon heftig hier. Wir verlieren beide sehr, sehr viel. Er verliert natürlich mehr Foodies. Dafür habe ich aber ganz schön viele Arbeiter jetzt verloren. So, und da gehe ich auch nicht weiter hinterher. Ein bisschen was konnte ich ja doch retten. Jetzt brauche ich schon mal das erste Arcane Sanktrum. Da hat er noch einen, aber ich habe jetzt schon einen Mountain King dabei. Der kommt mir nicht mehr weg. Im Human Mirror, ja, sehr beliebt. Mask, Spellbreaker und Priests dazu. Kann man auf jeden Fall spielen oder man techt durch auf Tier 3. Und spielt dann Griffin und Knights. Aber da muss man halt erstmal hinkommen. So, erstmal Heilung eingesetzt. Eine Clarity Potion. Und die ersten Breaker. So, jetzt brauche ich auch das Sägewerk. Die Basis sieht schon ganz gut aus. Also so leicht kann er mich hier nicht überrennen. So, das brauche ich jetzt mal vor die Basis. Und erstmal den einen oder anderen Priest dabei. Und dann weiter Spellbreaker. So, bei der Arcane Sanktrum natürlich auf dieselbe Taste. Water Element. Und jetzt gehen wir hier mal die Mine freimachen. Beziehungsweise erstmal den Job. Ah, da ist er ja auch gerade. Gut, den Kampf nehme ich auf jeden Fall. Er hat auch seinen zweiten Helden dabei. Er hat sich für den Paladin entschieden. So, dann machen wir uns direkt mal wieder unsichtbar. Doch, ich glaube das sieht gut für mich aus. Vor allem er hat noch keine Priests dabei. Kann somit meine Water Elemente nicht dispelten. Und die machen dann doch schon den Unterschied. Drei Water Elemente jetzt. Da können wir auch mal easy peasy die Mine freimachen. Ey, nicht die Mine, er hat den Job. Verdammte Angst. So. Ein bisschen die Items tauschen. Wo gar Krafthandschuhen natürlich auch besser für den Mountain King geeignet. Da bin ich ja mal geschwacht. Da bin ich ja nicht, wie ich in Aktion sehe. Für den Ruhm. Nun macht schon. Ich rieche Magie. Genau. Halt. Das volle Hand. So, jetzt machen wir aber die Mine frei. Und da schicke ich auch direkt Melischa-Sosa. Dann versuche ich mir hier gleich mal eine Exo hochzuziehen. Priests auch alle in ein Team nehmen. Und wir sollen mehr Höfe errichten. Machen wir hier gleich. Nun macht schon. Ja, mein Lord. Mach es, der ist mir so. Da bin ich ja mal gespannt. Geht mir was zu tun? So. Da bin ich ja mal gespannt. Sehr schön. Ja, mein Freund. Was ist? Nun macht schon. Was auch immer. Jetzt die nächste Exo freimachen. Was? Ich kann hier nicht bauen. Ich geh dann mal. Mittlerweile habe ich auch so viele Einheiten. Jetzt heißt es wirklich Fast Creep. Richtig. So, ein bisschen eintauchen. Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Ich geh dann mal. Was ist es diesmal? Und go. Ist meine Hilfe von Lippen. Was ist? Na gut. Gut, da brauche ich noch eine Werkstatt. Ich geh dann mal. Und eine zweite. Falls der Gegner jetzt wirklich auf Musk Riffen gehen sollte. Dass ich ihm da ein paar Gyrocopter entgegenwerfen kann. Da bin ich ja mal gespannt. So, Level Up auch für den Mountain King. Da steht noch ein Foodie rum. Der hat keinen Bock. So, und den nächsten Shop freikriegen. Aber du brauchst meine Hilfe? Ja, mein Lord. Power ausbauen. Was ist das diesmal? Ist jemand vielleicht ja mal gespannt? Die Runde läuft schon sehr, sehr gut für mich. In Furie. Gebt er euch zu holen. So, die Priests dürfen auch gerne mitkommen. Die Shops hier ja sehr, sehr wichtig, frei zu flieten. Wenn man hier dann dieses Auge erhält und immer Vision drauf hat. Oh, zweimal am Pot schon. So, Mantel der Schatten hat einen guten Job gemacht. Brauche ich jetzt aber nicht mehr. Okay. Jetzt gehen wir hier mal gucken, ob der Gegner vielleicht auch schon eine Mine hat. Die sollte man natürlich versuchen, immer so früh wie möglich einzureißen, wenn es denn noch geht. Hier hat er schon mal keine. Gut, und jetzt kann ich mir halt überlegen. Pumpe ich weiter Spellbreaker oder was mache ich? Was ist denn hier los? Ich komme da irgendwie nicht weiter. Oder etwa eine unsichtbare Einheit? Ich weiß es nicht. War sehr merkwürdig. Okay, da ist er. Oh, da habe ich ihn natürlich jetzt böse erwischt. Hat als dritten Helden den Bloodmatch dabei. Der fällt jetzt. Gut. Er portet nicht, sondern läuft weg. Bedeutet für mich aber, ich gehe nach hier oben. Da er von hier kam. Entweder ist hier seine Basis oder... Er hat hier die Exe frei gecreept. Das werden wir jetzt mal scouten. Da bin ich ja mal gespannt. Eine Expansion. Gut. Die versuchen wir natürlich komplett einzureißen. Priest ist ein bisschen hoch, falls er mir in den Rücken fällt. Die sind natürlich sehr anfällig. Und somit erarbeite ich mir hier den nächsten Vorteil. Seine Exe fällt. Meine steht halt noch. So, jetzt gehen wir mal hier oben zu einem roten Creep-Spot. Die schicke ich hier mal runter. Mal gucken, ob er da vielleicht noch eine Exe hat. So, hier hat er auf jeden Fall noch nicht gecreept. Boah, die Worte Elemente sind jetzt auch schon ein richtiger Monster. Allerdings ist er eine Wogada auch. So, nochmal Level Up für den Mountain King. Klaus auf Attack. Ohne der Heilung liegt er noch. Ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist jemand verletzt? Lass ich einfach mal liegen. Vielleicht später. Wenn er so kriegen sollte, ist es auch nicht ganz so wild. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. Was ist es diesmal? So, gehen wir hier nochmal runter? Ach, da oben ist er. Doi. Aber meine Armee sieht doch immer einiges größer aus. Und somit nehme ich den Kampf auf jeden Fall auch wieder. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer weiß, ob man den Kampf nehmen kann oder nicht. So, ist voll genutzt. Von hinten, das erste Mord hat, die macht auch schon mit. Meine Militia ist mittlerweile angekommen. Schicke ich auch gleich nochmal in den Kampf, auch wenn sie jetzt nur Foodies sind. Ey, nicht Foodies, normale Arbeiter. Ein bisschen Schaden können sie ja doch machen. Da kommt noch ein Knight. Jawohl, der Priest ist, glaube ich, noch geplatzt. Und somit ziehe ich mir hier die nächste Mine hoch. Tech ist auch durch. Somit jetzt als dritten Helden im Paladin. Und jetzt gehe ich weiter auf Knights. Erweiterter Holzabbau. Holz werde ich gleich unbedingt brauchen. Gerade wenn ich jetzt noch die dritte Mine in Beschlag nehme. So, jetzt gehen wir noch die Mine auf der Close Position hier freimachen. Sollte er noch nicht da gewesen sein. Jetzt zieht er doch keine neue Mine hoch. Jetzt hat er doch ein bisschen Schiss. Zumindest nicht an dem Punkt. Ja, den hat er doch gemacht. So, der Creepsbott ist noch da. Paladin auch, genau rechtzeitig. Also die Erfahrung können wir da auch mitnehmen. So, die Kombo ist auch sehr, sehr gut. Gegen Undead. Also Archmage, Mount King und Paladin. Mit Mount King und Paladin hat man dann einen schönen Hero-Fokus auf die Undead. Crystal-Kugel. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ja Morta-Teams. Somit kann ich die auch verkaufen. Oh, Fuliand. Ja, ich nehme es ja mit. So, gehen wir noch ein bisschen shoppen. Oh, und da kommt der Gegner wieder. Mit einigen Knights im Gepäck. Oh, mein armer Paladin. Oh, da wagt er sich aber sehr weit in die Basis rein. Da haben mein Paladin leider direkt gefallen. Aber, da hat er sich wirklich zu weit reingetraut. So, Archmage, den Priest daraus fokussend. Mein Mount King, der räumt auch schon ordentlich auf jetzt. Trotzdem verliere ich auch einiges dabei. Da sieht man es, die Knights, die sind dann doch schon heftig. Ist halt eine Tier-3-Einheit. Na, komm. Jawohl, der Paul trifft aber noch. Ja, der Leck war gemein. So, aber man sieht es, dass ich doch um einiges besser gekriegt habe. Dadurch natürlich das Helden-Level höher. Und das bringt einen Riesenvorteil. Komme ich dann noch dran? Den hätte ich gerne noch. Wischen drauf verloren. Genau. Holt geflogen und hat getroffen. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier unten noch den roten Creep-Spot freimachen. Oh, in der Zwischenzeit jetzt vergessen, die Tower hier auszubauen. So. Lass ich meine Ex holen. Das will ich natürlich auf keinen Fall zulassen. Und somit porte ich mich da hoch. Ist mir im Moment wichtiger als der rote Creep-Spot. Aber er hat auch nicht mehr viel da. Direkter Fokus und der Bolt auf den Paladin, der fällt. Jawohl. Knight auch tot. Nur noch seinen Mountain King. Der hat eine Involve-Pot geschluckt. Er apportet jetzt noch raus. Aber er hat so ziemlich alles verloren, wenn ich das richtig sehe. Und somit jetzt wirklich ein extrem großer Vorteil für mich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Game hier wirklich irgendwie noch drehen kann. Gucken wir mal, ob er seine Echse wieder hochgezogen hat. Da zumindest nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es kaum erwarten. So, gehe ich die ganzen Spots hier mal ab. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Die Mine eingestürzt. Das ist aber gar nicht verkehrt. Kann ich die Arbeiter wenigstens ins Holz schicken. Ein bisschen Holzprobleme habe ich ja im Moment so oder so. Da unten ist er. Das meinte ich halt, durch dieses Auge sieht man ihn jetzt natürlich sehr schön. Dadurch, dass ich den Shop frei gecreept habe. Und er geht aber direkt wieder auf meine Mainbase los. Gut. Jetzt Level 6, Ultimate vom Arkmage. Kann ich jetzt zum Gebäude runterporten. Und wum. Ja, das ist doch um einiges mehr, was ich jetzt habe. Da hat er ja keine Chance mehr. So, Gegner geht raus. Human Mirror gewonnen. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder natürlich sogar auch ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Ich hoffe, euch da nicht zum nächsten Mal. Vielen Dank.